Gefühlt habe ich noch nie irgendwas hier verkauft gehabt. Noch nie. Objektlimit. Ach du Scheiße. So. So viel brauchen wir doch gar nicht. Schafft. Wir behalten mal alles was 4 Intus hat. Du 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 du. Holy moly. Ich war auch gefühlt das komplette Spiel noch nicht so derbe beim Händler wie jetzt ne. Und habe einfach nur verkauft. Ich habe das Zeug einfach nur gesammelt. Ähm. Oh hier auch. Ja. Also ich würde sagen das gibt jetzt richtig Asche. Hm. Hohoho. Hm. Ta 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 ti. Ta ti. Ja Leute und ihr so? Was macht ihr so? So weg damit. Ja. Fusionsmods. Ich war kein Freund von den Dinger ne. Die haben jetzt so viele negative Effekte. Die würde ich niemals reinsetzen. Niemals. Entschuldigung wenn ich das jetzt so sage. Guckt euch das mal bitte an. Das ist doch. Ist doch Bullshit. Wer will denn sowas haben? Handel bestätigen. So. Ich hätte da. Seht ihr das? Wir haben nur die Universalklinge 4. Verdammte Kacke. Ich hab Mist gebaut. Scavenger Panzer. Panzerung. Ich glaub nicht dass ich den anziehe. Nä. Begegnung EP-Bonus. Handel bestätigen. Weg damit. Ja bei denen bin ich mir allerdings nicht so sicher. Kette wollte ich ja auch noch behalten. Ach du Scheiße. Initiative Helm 1. Kinders. Es geht weiter. Weltraumforscher Helm. Ah ja da hab ich das ja. Weg damit. 4 finde ich noch akzeptabel. Aber alles was unter 4 ist werde ich verkaufen. Thermomagazin 1. Weg. Weg. Dann müssen wir gleich noch zu Corporal Dunn. Schubidubidu. Schubidubidu. Ich hab mich ja vorher beschwert. Dass wir kein Geld haben. Ich glaub die Sache hat sich damit eigentlich gerade erledigt. Was ist das denn? Liams Panzerungsanforderung. Wir behalten erstmal. Das ist bestimmt Quest relevant. So. Liebe Freunde. Wir haben 18.000 Credits. Ich weiß nicht ob wir uns davon was schönes kaufen sollen. Wir gucken mal hier. Guten Morgen. Fahrzeughändler. Notfallschildentladung. Monolith um Mitternacht. Nebula. Nebula. Nebula sieht ja eigentlich echt hammergeil aus. So. Gemischt Warenhändler. Doppelmod. Biotikverstärker. Bopopum. Experimentelle Materialien. Der hat schon ein paar geile Mods. Das muss ich sagen. Oder die. Aber wir finden genug unterwegs. Wir haben ja jetzt gerade auch wieder die Universal... Oh, warte mal, hier sind auch haufenweise Quests zum Abgeben, ne? Juhu. Hallöchen. Alles korrespondiert mit Diskrepanzen im Inventar. Ja und? Jemand stiehlt und lagert Vorräte auf der Nexus und der Hyperion... ...und beliefert damit die Exzellenten. Wenn Sie die Augen nach verdächtigen oder falsch gelagerten Paketen... ...offenhalten könnten, wäre ich Ihnen sehr verbunden. Mal sehen, was ich tun kann. Sehr gut. Gestohlene Vorräte haben keinen Freigabevermerk. Sam sollte sie also identifizieren können. ...cary? Ja, die Dinge laufen derzeit echt gut. Lebenskünstler und bereit, uns zu helfen. Sie werden großartige Verbündete abgeben. Der angaranische Soldat, der sich ihrem Team angeschlossen hat, hat schon jetzt einige Fans. Aber alle reden von Arya. Grüne Pflanzen, Wasserläufe. Unsere Anführer haben bereits darüber diskutiert, ob wir Kolonisten dorthin schicken sollten. Sofern die Erlaubnis ist da, kann man vielleicht darüber sprechen. Wenn die Angare einverstanden sind, wüsste ich nicht, was dagegen spreche. Ich frage mich, wer diese Entscheidung wohl trifft. Die Angare haben ja keine nennenswerte Regierung mehr. Okay, das... Ach ja, seit der letzten Episode sind die Registrierungen für Kolonien deutlich gestiegen. Ebenso wie die Moral. Das hier ist Fontaine. Sowas inspiriert, hm? Ja gut, ne? Wir besiedeln halt immer mehr Welten. Das darfst du halt auch nicht vergessen. Sie hatten recht. Hätte ich mein ursprüngliches Vorhaben. So. Kommandozentrale Habitationsdeck Krio Station. Kommandozentrale. Zentrale. Nio. Die Werte Corporal Dunn. Schüppdi-duppdi-du. Schüppdi-duppdi-du. Passwander, das gedachte Personal. Die diplomatische Abordnung der Angare. Passwander, kann ich Sie kurz sprechen? Nein. Nein, ich bin gerade noch beschäftigt. Ne, das ist Edison. Wo ist denn die dann? Oder ist sie das? Ne, ne? Doch. Passwander, Passwander? Nein, ist sie nicht. Direktor Edison, Passwander. Sie ist es nicht. So, nicht anders. Beunruhigter Bürger. Was gibt's? Sie stellen sich da draußen den Kett. Wir hören hier nur Gerüchte, dass sie Monster sind. Vielleicht verstehen sie uns bloß nicht. Glauben sie, dass Frieden mit ihnen jemals möglich sein wird? Ich bezweifle es eigentlich. Die Kett wirken ziemlich gefestigt, was ihre Vorgehensweise angeht. Dann müssten also wir uns verändern? Wenn es nach ihnen geht, verändern sie uns so, dass wir werden wie sie. Das ist ihre Methode. Oh, verstehe. Dann müssen wir den Kampf fortsetzen. Danke für ihre Zeit. Kein Problem. Da unten ist noch... Warte mal. Corporal Dunn. Ist das nicht der? Ne, das ist Kandros. Wöchentlicher Verletzungsbericht. Eine Kneipenschlägerei. Die Beteiligten wurden verhaftet. So, da unten. Können wir uns unterhalten, Ryder? Sit. Ach, das ist doch die Schwester von Vetchra. Gut, dass sie hier sind, Ryder. Ich habe etwas entdeckt, während ich für die Nexus die Kommunikation überwacht habe. Es gab mehrere Angriffe irgendwelcher Leute, die die drei Säbel genannt werden. Sie greifen Außenposten und Versorgungsschiffe an. Das wirklich Beunruhigende ist aber, dass sie offenbar über unsere Operation Bescheid wissen. Als würde sich jemand mit Informationen versorgen. Also ein Spion. Soll das heißen, Sie haben einen Insider? Vielleicht. Und das wäre ziemlich übel, oder? Ich habe es gemeldet. Und Sie sagen auch, Sie würden dem nachgehen. Doch dann vergessen Sie es wieder. Aber Sie sind der Pathfinder. Wenn jemand die Nexus verrät, müssen Sie etwas dagegen unternehmen. Kein Problem, meine Liebe. Ich gucke da nach. Du hast recht. Wenn diese Leute wirklich von unseren Operationen wissen, wäre das ein ernstes Problem. Ich sollte dem nachgehen. Danke. Ich wusste, auf Sie ist Verlass. Sie sind echt der beste Pathfinder aller Zeiten. Ich weiß nicht, wo Sie sich verstecken, aber ich habe die Nachpunkte Ihrer letzten Überfälle. Vielleicht können Sie ja mit den Scannern der Tempest rausfinden, wohin Sie sich danach zurückgezogen haben. Mit Zitren. Tja. Wo ist denn jetzt Corporal Dunn oder wie auch immer der die heißt. Irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich wieder verirrt. Ich will aber auch nicht die Mission jetzt verändern. Habitations-Deck? Die Behörden warnen vor dem Verzehr einer von Habitat 7 eingeführten Kirsch-ähnlichen Frucht. Mehrere Passagiere sind weiterhin mit rätselhaften Symptomen in Quarantänen. Tja. Ich würde sagen, hier... Hier sind wir falsch. Hier gibt es nämlich überhaupt nichts. Nicht mal so ein kleines bisschen. Schuubidubidu. Ist die Frage... Ähm... Nackmordrack. Nach Erinnerungsauslösern. Für Außenposten. Achso. Auf der Tempest mit Sam sprechen. Neue Welt. Jagd auf den Archon. Heleos-Aufgaben. Ne, halt, das waren die zusätzliche Aufgaben. Ermittlungen... Ermittlungen... ...die Rettungsaktion gelungen ist, einen angaranischen Verbrecher unschädlich zu machen und sein Schiff zu zerstören. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Das sind gestohlene Vorräte. Ich werde den Dockverwalter informieren. Gestohlene Vorräte. Das ist nicht gut. Hä? Was ist das? Informationsdisplay. Hä? Ich bin Gian Garth, Gründerin der Andromeda-Initiative. Ich möchte Sie in einer völlig neuen Galaxie willkommen heißen. Die gute Nachricht lautet, der schwierige Teil ist überstanden. Wir sind angekommen. Falls Sie Fragen haben, nur raus damit. So. So. Äh, ja, toll. Ich würde sagen, das war es nicht. Ähm. Wir könnten ja mal gucken. Dr. Carol. Ryder, das war Wahnsinn, wie Sie mit Ihrem Bruder im Koma gesprochen haben. Ich habe das alles mit dem Sam-Implantat nie wirklich geglaubt, aber das war wirklich erstaunlich. Es war seltsam. Ich weiß nicht. Das war alles sehr merkwürdig. Ich weiß, was Sie meinen, aber am Anfang wirkt alles merkwürdig. Vor langer Zeit haben meine Kollegen auch mal Bakterien für eine verrückte Idee gehalten. Man muss sich nur daran gewöhnen. Und wenn es meinen Patienten hilft, bin ich völlig unvoreingenommen. Wie geht's ihm? Wie geht's? Wie geht's, Scott? Nun, der Tod Ihres Vaters und die Pleite mit dem neuen Zuhause. Das nimmt einen ziemlich mit. Ich glaube aber nicht, dass bleibende Schäden zu befürchten sind. Zumindest nicht körperlich. Okay. Das wäre alles, Harry. Danke. Kommen Sie ruhig wieder vorbei. Falls sich bei Scott was ändert, melde ich mich. Harry. Der liebe Harry. So. Dum 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 dum. So, Undockbucht. Führende Wissenschaftler rätseln weiterhin über die Geißel. Jene Anomalie aus dunkler Energie, die sowohl Reisen als auch die Kommunikation in diesem Cluster erschwert. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. HNS. Ding, ding. Du, du, du. Ryder, haben Sie Lexi gesehen? Ist sie etwa nicht auf der Krankenstation? Nein, und sie reagiert auch nicht auf meine KOM-Nachrichten. Ach, Mann, ey. Warte mal. Lexi. Ich werde sie schon finden. Auf dem Grund der Flasche wird sie saufen. Anantemari? Interessant. Danke, Pathfinder. Ich bin sehr gespannt, welche Talente in euch flummern. Äh. Momente mal. Lexi auf der Nexus finden. Du, 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 du. Äh. Toll. Wo kann sie nur sein? Ich weiß es nicht. Tja, ich würde sagen, wir... Habitationsdeck vielleicht? Och komm schon. Andockbucht? Doch auf der Andockbucht? Der verurteilte Mörder Milken Rancis wurde begnadigt, nachdem die Ermittlungen des menschlichen Pathfinders seine Unschuld bewiesen hatten. Das war HMS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ja, Unschuld in Klammern. Ja, der wollte ihn schon... Abschied. Also diese Angara... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich muss...